gut leute willkommen zu einem neuen video heute ein etwas kürzeres aber ich finde ein sehr geiles feature im spiel ist nämlich das tm selber herstellen ja ihr habt richtig gehört man kann tms komplett selber erstellen und das könnt ihr in jedem dieser pokémon stops hier und da habt ihr am linken am linken dieser drei geräte oder halt das grüne besser gesagt kommt darauf an wo ihr kommt könnt ihr hingehen und könnt mit der tm maschine reden und an dieser maschine könnt ihr tms herstellen könnt ihr materialien da kommen wir gleich zu gegen lps eintauschen oder ihr könnt tms herstellen so gehen wir auf tms herstellen und dann seht ihr hier immer die tms in der mitte ihr seht auch dran wo es herstellbar ist also sofort mit grün draufstehen und wenn ihr auf das tm geht seht ihr auch links in eurem team welche dieser pokémon zum beispiel dieses thema lernen können für mich persönlich war das zum beispiel sehr geil bei donnerzahn dass mein logroco der feuerstarter donnerzahn erlernen konnte sehr sehr geil die auswahl dieser tms wird mit dem spielfortschritt immer mehr also anfangs startet ihr glaube ich nur mit neun und dann wird immer mehr so weiter im spiel vorankommt ich habe bis heute nichts gelesen exakt was das festlegt alle schreiben immer nur der spielfortschritt also wahrscheinlich hängt das schon davon ab wie viele orten ihr habt und wie weit ihr da seid und wie weit ihr da seid und dann wird es immer und immer mehr wie stellen wir das aber her das ist die frage wenn ihr hier drüber geht seht ihr benötigt oder nötige materialien 400 lp die bekommt ihr durch viele viele aktivitäten können sie aber auch theoretisch gesehen wenn ihr zu wenig hättet einfach die materialien tauschen das zeige ich euch gleich auch noch mal dann brauchen wir azurelhaar und teddy usa kralle für scham zum beispiel für lebenschelle brauchen wir aber für linoschleim oder für schutschel brauchen wir verkulia und pummelpuder jedes pokémon in diesem spiel droppt eine ressource mittlerweile und diese könnt ihr oder sammelt ihr automatisch auf und die braucht man für ganz verschiedene attacken hier sieht auch immer die materialien kann man dann wenn ihr sie nicht haben wollt hier auch gegen lps tauschen zum beispiel also ich habe jetzt das sind alle die ich aktuell besitze und man kann die auch wie gesagt einfach gegen lps tauschen und dann bekommt ihr halt lps so wie bekommt man die ressource ich finde der einfachste weg ist wenn ihr einfach nur die ressourcen farmen wollt leute ihr habt ja schon dieses auto an griffe bestimmt festgestellt wenn man die vordere ja taste drückt also hier dann könnt ihr euer oberstes pokémon so nach vorne schicken und das geht dann kämpfen so ist da irgendwo in der nähe ein wildes pokémon haben wir mal hier irgendwo mal gerade eins rumlaufen so hallo hallo pokémon ab da zum beispiel hier fair cool ist weiter weg kloppen drückt jetzt nach vorne dann red man pokémon los und dann kämpft das gegen das und wenn es das besiegen sollte seht ihr dass auf der rechten seite fair cooli habe kommen natürlich könntet ihr auch einfach hingehen und könntet einen ganz normalen kampf starten ihr könnt es auch ganz normal fangen auch das funktioniert ihr könnt auch ein raid zum beispiel machen also in jedem raid wo ein pokémon dabei ist also das pokémon gegen das hier kämpft auch dieses oh das hat schon gar nicht gefangen den koala schade auch dieses pokémon bekommt ihr die ressourcen natürlich wenn sie wenn wenn ihr wisst dass ihr beispielsweise fair cooli haben brauchen ihr könnt ins erste startgebiet wieder zurückgehen dann geht einfach hin und tut auch die ganze zeit einfach hier die pokémon kämpfen lassen weil das ist halt der schnellste weg ja also wenn da eine ganze horde von fair coolis ist dann bekommt ihr eine relativ schnell alles zusammen ihr bekommt ein bisschen ep und es lohnt sich so nebenbei sie sich hier läuft einfach und er rasiert einfach hier alles weg also es ist super angenehm so die ressourcen zu fahren wie gesagt es geht auch über raids wenn ihr spezielle sachen zum beispiel haben wollen wo ihr gerade nicht wisst wo sie sind geht aber auch wie gesagt einfach durch selber kämpfen durch das selber fangen also das gibt viele viele möglichkeiten wie gesagt ich finde dieses auto kämpfen wird am einfachsten ja leute das war es eigentlich vom tm craften ich packe mal eine liste von visa fans unten in die kommentare und pin die oben an zum zeitpunkt der aufnahme des videos war diese liste der tms die man herstellen kann noch nicht vollständig klar das game ist gerade raus noch die müssen erstmal gucken wo bekommen wir alle informationen her aber die wird später zeit updaten es kann sein dass ihr das video ja vielleicht einen monat nach dem release schaut sondern ist die liste schon längst vollständig und dann habt ihr da eine liste die aktualisiert sich ja falls natürlich ihr eine liste von einer anderen seite findet die akte bereits aktualisiert ist verlinkt sie unten gerne ich tue euch auch gerne dann anpinnen und dann können auch andere leute auch natürlich auch dann diese liste sehen und ja dann würde ich sagen leute ich habe mich hier ja ein paar mano räume ich hier gerade ein bisschen aus und macht hier die sesokids blatt und holt mir da ein paar sesokids haare und dann würde ich sagen würde mich gerne über einen amorten like vor leute wir sind gerade ein kleiner kanal der am wachsen ist es wird jetzt hier täglich guides geben und da würde ich sagen sehen wir uns leute bis zum nächsten mal und ciao